Oh, Liebling, warte! Oh, danke dir, Schatz. Wir sehen uns später. Viel Spaß! Warum kommt Papa denn nicht mit? Es ist wirklich schade, aber Papa muss heute arbeiten. Aber es sind jetzt Sommerferien. Die schönsten Ferien im ganzen Jahr. Tut mir leid, Leo. Ich würde ja auch gerne mitkommen. Aber auf mich wartet wichtige Arbeit. Mann, oh Maus! Sei nicht traurig. Na komm, es wird trotzdem ein schönes Picknick. So blöd, dass Papa arbeiten muss. Voll ungerecht. Weißt du, Leo, Papa wäre wirklich sehr gern mitgekommen. Aber man kann nun mal nicht immer das tun, wozu man Lust hat. Aber niemand arbeitet in den Sommerferien. Ach nein, sieh doch nur, Leo. Die meisten im Dorf müssen heute arbeiten. Na gut, aber arbeiten ist eine blöde und langweilige Sache. Junge ist ein bisschen zu glücklich. Und da sind die Bäume, wozu man, wenn sie überall drauf sein können. Sofern das ist ein bisschen zu sein. Und dann hat man nichts mitgekommen. Sofern ist es in der Tom-Dom-Geräusche. Und da sind die Bäume. Also auch nicht aus der Kontifte,